Niemals zugetraut. Sehr schön. Welcher gemeint ist das? Sie? Ich von keiner gemeint. So, Sie können trafieren. Ich habe nur gefragt, ob Sie das nochmal wiederholen können, weil es zwei schöne Stimmen sind. Ja. Bei Christoph. Ich grüße dich. Jesus, mit dir kann ich Not überdauern. Jesus, mit dir, mit dir, mit dir allein. Du willst, dass ich wachen, wie du siehst. Denn du stellst mich über dein Haus, obwohl ich so schwach bin. Darum gleichst du all meine Schwächen aus. Jesus, mit dir springe ich über Mauer. Jesus, mit dir kehre ich siegreich heim. Jesus, mit dir kann ich Not überdauern. Jesus, mit dir, mit dir, mit dir allein. Du bist unverfahrend, du bist unbeschreiblich gut. Du bist so hilfbereit, das macht mir wieder Mut. Du bist unvergleichbar zärtlich. Du bist so ohne gleichem Treib. Du bist so liebevoll und du machst alles neu. Neu, 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 neu. Jesus mit dir springe ich über Mauern, Jesus mit dir kehre ich siegreich heim, Jesus mit dir kann ich Not überdauern, Jesus mit dir, mit dir, mit dir allein springe ich über Mauern. Jesus mit dir kehre ich siegreich heim, Jesus mit dir kann ich Not überdauern, Jesus mit dir, mit dir, mit dir allein. Du bist unvergleichbar geduldig, du bist unbeschreiblich gut, du bist so hilfsbereit, dass du oft mir wieder gut machst. Du bist unvergleichbar zerfriegt, du bist ohne gleichen Treu, du bist so liebevoll und du machst alles neu, 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 neu. Wunderschön, wunderschön. Ich sag euch auch gleich nochmal einen Hintergrund.